Ich habe euch in meinem Video schon einige praktische neue Funktionen in iOS 16 gezeigt und im heutigen Video möchte ich euch gerne noch mehr versteckte Features in iOS 16 zeigen, die man sehr gut im Alltag gebrauchen kann. Sollten dich Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um iOS und das iPhone interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und ich zeige euch direkt nach dem Intro weitere versteckte Funktionen in iOS 16 und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Für die erste versteckte Funktion öffnen wir einmal die Fotos App und hier werden wir jetzt auf Bearbeiten gehen und daraufhin werden wir einfach mal das Bild hier so ein bisschen bearbeiten, damit man einen Unterschied sieht, das heißt ich werde hier ein bisschen das Ganze anpassen und ihr seht, ich habe das hier jetzt etwas bearbeitet, ich speichere dieses Foto und daraufhin gehen wir oben rechts einmal auf die drei Punkte und hier finden wir jetzt den Punkt Änderungen kopieren, das heißt dort tippen wir einmal rauf und gehen jetzt auf ein anderes Bild und hier haben wir jetzt die Möglichkeit erneut auf die drei Punkte zu gehen und dann hier eben die Änderungen einzusetzen, das heißt hier können wir auf Änderungen einsetzen gehen und ihr seht, das Ganze wird hier jetzt nach einer kurzen Zeit angewendet und so habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr ein Bild bearbeitet habt, das Ganze dann eben auf viele weitere Bilder anzuwenden, die vielleicht die gleiche Lichtstimmung haben, die ihr am gleichen Tag aufgenommen habt und müsst eben nur ein Bild bearbeiten und könnt das Ganze dann eben duplizieren und einfügen. Öffnen wir als nächstes einmal die Mail-App und zwar haben wir hier jetzt die Möglichkeit, uns an eine E-Mail erinnern zu lassen, das heißt wir haben zum Beispiel eine E-Mail gelesen, wollen uns aber am Abend nochmal erinnern lassen, dazu können wir hier einfach einmal nach rechts swipen und auf Erinnerung tippen und dann können wir auswählen, ob wir uns in einer Stunde erinnern wollen, heute Abend erinnern wollen, morgen oder eben später und so hat man dann die Möglichkeit, sich an eine wichtige E-Mail wieder erinnern zu lassen, damit man das Ganze eben nicht vergisst und das habe ich tatsächlich auch schon verwendet, finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Für die nächste versteckte Funktion habe ich jetzt hier einmal die Notizen geöffnet und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, mit iOS 16 parallel zu schreiben und zu diktieren, das heißt ich kann hier unten die Diktierfunktion aktivieren und dann parallel auch schreiben und das werden wir jetzt einfach einmal ausprobieren. Hallo, ich bin und wie geht es dir? Wie ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich sehr zuverlässig, man kann also parallel schreiben und sprechen, was jetzt mit iOS 16 neu ist und auf jeden Fall im Alltag auch sehr hilfreich sein kann. Das neue iPhone 14 Pro und 14 Pro Max kommt exklusiv mit der Dynamic Island und daher natürlich auch mit ein paar versteckten Funktionen für die Dynamic Island und dazu habe ich jetzt hier mal irgendein beliebiges Lied angemacht und wie ihr seht, das wird hier oben jetzt angezeigt, genauso wie zum Beispiel ein Timer und vieles mehr und das kann den einen oder anderen durchaus stören, dass hier jetzt oben in der Dynamic Island angezeigt wird, dass wir hier aktuell ein Lied abspielen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das hier jetzt zu öffnen und dann eben damit zu navigieren. Wenn wir aber sagen, wir wollen vielleicht im Hintergrund das Ganze uns nicht anzeigen lassen, und weil es natürlich auch in Apps angezeigt wird, wie jetzt hier zum Beispiel in den Einstellungen, dann können wir ganz einfach mit einem Swipe die Dynamic Island deaktivieren. Das heißt, wir können hier einmal rüber swipen und wie ihr seht, das Lied läuft trotzdem weiter. Also wenn ich jetzt hier einmal ins Control Center gehe, das Ganze ist nicht pausiert, sondern läuft weiter, aber es wird eben nicht mehr in der Dynamic Island angezeigt und das könnt ihr, wie gesagt, mit dem Timer machen und mit allem anderen, was in der Dynamic Island angezeigt, dargestellt wird, wenn ihr es eben nicht angezeigt haben wollt. Einen Xbox- oder Playstation-Controller könnt ihr mit dem iPhone bereits seit iOS 14 verbinden und mit iOS 16 gibt es noch viele weitere Funktionen. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel einmal in die Einstellungen gehen, unter Allgemein, dann finden wir hier den Punkt Game Controller. Dort können wir einmal raufgehen und dann sehen wir auch schon, ich habe hier einen Xbox-Controller verbunden. Aktuell ist der allerdings nicht per Bluetooth mit meinem iPhone verbunden. Ich kann aber trotzdem dort einmal draufgehen und habe jetzt die Möglichkeit, hier einiges zu konfigurieren. Ich kann Spiele hinzufügen, ich kann aber auch hier ganz grundsätzlich die Standardeinstellungen verändern. Das heißt, ich kann hier die einzelnen Tasten bearbeiten, kann zum Beispiel die A-Taste bearbeiten und dann dafür eine andere Taste hinterlegen. Das heißt, ich habe hier sehr viele Möglichkeiten, den Controller für mich anzupassen und dann natürlich auch für die entsprechenden Spiele, die ich gerne mit dem iPhone und dem Controller spielen möchte. Ich kann hier noch das haptische Feedback einstellen, das heißt, das kann ich nochmal variieren zwischen stark, schwach und aus. Und ich kann hier auch Profile festlegen, in diesem Fall habe ich hier das Standardprofil. Ich kann aber eben auch weitere hinzufügen über die Spiele. Das heißt, ich kann hier eben Spiele auswählen. Ich habe auf meinem iPhone in dem Fall keines installiert, was eben mit einem Controller funktioniert. Aber so habt ihr die Möglichkeit, den Controller noch etwas anzupassen und für euch zu optimieren. Für die nächste versteckte Funktion habe ich einmal Safari geöffnet und nach einem iPhone 14 Pro gesucht. Bin dann unter Bilder gegangen und hier wählen wir jetzt zum Beispiel einfach mal dieses Aus mit einem schwarzen Hintergrund. Und mit iOS 16 ist es ja möglich, in der Bildergalerie ganz einfach Fotos auszuschneiden und zu versenden oder irgendwo anders einzufügen. Und das funktioniert auch in Safari. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach einmal gedrückt halten. Dann öffnet sich ein kleines Menü und wir können hier eben auf Auswahl kopieren gehen. Das ist der vorletzte Punkt. Dort tippe ich einmal rauf. Und jetzt habe ich im Grunde genommen die PNG ausgeschnitten. Ich werde jetzt einfach wieder in die Notizen-App gehen und das Ganze hier einmal einsetzen. Und dann seht ihr auch schon, dass das eben entsprechend ausgeschnitten wurde. Der schwarze Hintergrund ist weg. Es ist natürlich nicht 100% perfekt. Das ist jetzt auch ein ziemlich schwieriges Bild dafür. Aber so könnt ihr ganz einfach auch direkt in Safari Bilder, die keine PNG sind, die irgendwie noch einen Hintergrund haben, direkt ausschneiden. Ihr könnt die Objekte ausschneiden und dann überall einfügen. Oder eben zum Beispiel in Dokumenten verwenden oder direkt per iMessage versenden. Bleiben wir für die nächste versteckte Funktion auch direkt einmal in der Notizen-App. Denn wir können hier jetzt einmal ein Wort markieren. Und dann können wir einmal hier zur Seite swipen und können dann auf Auswahl suchen tippen. Und daraufhin wird genauso wie zum Beispiel in Safari jetzt hier innerhalb der Notizen-App ganz einfach gesucht. Und wir können hier den Bereich einmal etwas einschränken. Und dann seht ihr auch schon, wir haben hier jetzt dreimal das Wort Hallo. Wir können hier ganz einfach wechseln zwischen diesen drei gesuchten Wörtern und dann eben entsprechend das Wort finden, was jetzt eben hier in diesem Fall natürlich relativ einfach ist. Aber wenn es ein längerer Text ist, dann kann das Ganze schon sehr praktisch sein. Und wir haben hier über die kleine Lupe noch einmal die Option, hier weitere Dinge auszuwählen. Wir können nämlich suchen und ersetzen, groß, klein oder ganze Wörter noch zusätzlich als Parameter auswählen und entsprechend danach suchen. Innerhalb der Einstellungen haben AirPods mit iOS 16 ein eigenes Menü dazu bekommen. Also ihr seht hier meine AirPods auf der rechten Seite und die werden dann direkt innerhalb der Einstellungen angezeigt. Dort können wir raufgehen und bekommen dann Informationen wie der Name, der aktuelle Akkustand, ob hier eben ANC zum Beispiel an oder aus ist. Dann können wir hier natürlich noch die AirPods konfigurieren. Das heißt, wir können hier zum Beispiel über den linken Airport entweder die Geräuschkontrolle oder Siri aktivieren. Wir haben hier mehrere Optionen, das Ganze zu konfigurieren. Wir können den Passtest machen, wir können die adaptive Transparenz ein- oder ausschalten, die automatische Euerkennung ein- oder ausschalten, mit diesem iPhone verbinden, auf automatisch stellen oder natürlich eben auch anpassen bzw. ändern. Wir können hier personalisierte 3D-Audios erstellen. Wir können das Mikrofon konfigurieren, Töne des Ladecase aktivieren, optimiertes Laden einschalten, das Wo-Its-Netzwerk konfigurieren. Dann gibt es natürlich noch Bedienungshilfen und hier auch weitere Dinge, wie zum Beispiel Modellnummer, Version und so weiter. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die AirPods jetzt nicht mehr über die Bluetooth-Einstellungen zu verwalten und einzustellen, sondern direkt über einen eigenen Punkt, solange sie verbunden sind. Für die nächste kleine versteckte Funktion öffnen wir einmal die Wallet-App. Und zwar bietet uns iOS 16 hier eine neue kleine Funktion und zwar hier oben dieses kleine Paket. Und wenn wir dort drauf tippen, werden uns alle Bestellungen angezeigt, die wir zuletzt über Apple Pay getätigt haben und die auf dem Weg zu uns sind. Das heißt, haben wir irgendetwas gekauft über Apple Pay, dann werden uns hier die Bestellungen angezeigt. Das ist in meinem Fall jetzt hier nicht der Fall, aber so habt ihr eben die Möglichkeit direkt, auch ohne Drittanbieter-Apps, eure Bestellungen zu verwalten. Besonders wenn ihr eben viel über Apple Pay kauft, dann kann das auf jeden Fall Sinn ergeben, diese Funktion zu nutzen. Wechseln wir für die nächste versteckte Funktion erneut in Safari. Und hier habe ich jetzt mal ein weiteres Bild ausgewählt, in diesem Fall mit etwas mehr Text. Und hier können wir jetzt ebenfalls einmal wieder etwas länger gedrückt halten. Und dann erscheint hier ein neuer Punkt, nämlich Textanzeigen. Und diese Funktion gibt es ebenfalls innerhalb der Fotos-App, aber eben auch in Safari. Das heißt, wir können hier jetzt eben über die Texterkennung ganz einfach Texte erkennen und diese kopieren. Wir können sie übersetzen und so weiter. Das heißt, es funktioniert auch mit Bildern direkt innerhalb Safari. Da wird dieses extra Menü eben geöffnet. Wir können hier direkt übersetzen. Und wenn da zum Beispiel ein Datum drin ist mit einer Uhrzeit, dann können wir auch direkt einen Kalendereintrag erstellen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten und können das Ganze direkt innerhalb Safari verwenden. Bei der nächsten versteckten Funktion handelt es sich um eine Kleinigkeit, die ich aber auf jeden Fall sehr nett finde. Und zwar öffnen wir dazu die Einstellung und scrollen einmal zu den Bedienungshilfen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir etwas weiter nach unten scrollen, einmal auf Audiovisuelles zu gehen und daraufhin hier die Töne beim Ein- und Ausschalten zu aktivieren. Das heißt, wenn ihr euer iPhone ausschaltet oder einschaltet, dann wird eben Ton ausgegeben. Alle, die Mac nutzen, die kennen das mit Sicherheit, dass ein Mac ebenfalls beim Starten so einen Ton ausgegeben hat, was auf jeden Fall eine ganz coole Funktion ist und die gibt es hier jetzt auch auf dem iPhone. Wenn ihr diese Funktion aktiviert habt, dann gibt es eben einen kleinen Ton, wenn euer iPhone gestartet wird oder wenn es ausgeschaltet wird. Öffnen wir als nächstes erneut die Einstellung und gehen wieder in den Bereich Bedienungshilfen. Und zwar haben wir hier jetzt eine neue Funktion Apple Watch Synchronisierung. Dort tippe ich einmal drauf und aktiviere das Ganze und ich habe hier meine Apple Watch schon daneben gelegt. Diese wird nämlich jetzt gefunden und daraufhin kann ich die Apple Watch hier ganz einfach bedienen von meinem iPhone aus. Das heißt, ich kann hier eben scrollen und zwischen Apps wechseln, kann die Apps aufrufen und das Ganze wird mir dann hier eben direkt parallel auf der Apple Watch angezeigt. Das heißt, wir haben hier genau das gleiche Bild auch beim Scrollen. Wir können hier wieder natürlich die digitale Krone verwenden, um zurückzukommen, um wieder hier auf das Ziffernblatt zu kommen. Und so kann man eben die Apple Watch ganz einfach verwenden, direkt von eurem iPhone aus. Das ist natürlich eine Bedienungshilfe, die auch für Menschen gedacht ist mit Einschränkungen. Aber man kann es natürlich auch hier in diesem Fall so verwenden und hat die Apple Watch noch einmal in einem größeren Formfaktor im Vergleich zur kleineren Uhr direkt am Handgelenk. Kommen wir nun auch schon zur letzten versteckten Funktion und dazu öffnen wir hier einmal die Einstellung und scrollen etwas nach unten zu Siri und suchen, gehen dort drauf und finden hier auch direkt den Punkt Mitteilungen ankündigen. Dort gehen wir rauf und wenn das Ganze aktiviert ist, haben wir hier eben die Möglichkeit, uns Mitteilungen vorlesen zu lassen, direkt von Siri. Das heißt, sollten wir eben von zum Beispiel WhatsApp eine Nachricht bekommen, dann können wir die entweder zum Beispiel über CarPlay, aber eben auch über Kopfhörer uns direkt vorlesen lassen. Wir können das hier aber auch entsprechend noch einmal für einzelne Apps aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, ihr könnt es hier natürlich variabel einstellen. Wir können ohne Bestätigung Antworten aktivieren. Das heißt, wenn wir irgendwie direkt per Siri über die AirPods jemanden antworten möchten, dann muss das hier entsprechend nicht unbedingt noch einmal bestätigt werden, wenn ihr hier diesen Punkt aktiviert. Das heißt, hier könnt ihr bei Mitteilungen ankündigen auf jeden Fall noch so ein paar Einstellungen vornehmen, die den Alltag auf jeden Fall erleichtern können. Und damit wären wir jetzt am Ende dieses Videos zu weiteren versteckten iOS 16 Funktionen angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit auf den neuesten Stand bringen konnte und die eine oder andere Funktion für euch praktisch ist. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere ähnliche Funktionen kennt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und vergesst auf jeden Fall nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!